Außerdem können Jupyter Notebooks auf Cloud-basierten Plattformen wie Jupyter Hub und GitHub gehostet werden. Dadurch können mehrere NutzerInnen in Echtzeit an einem Jupyter Notebook arbeiten. In einem unserer letzten Videos haben wir euch die Programmiersprache Python vorgestellt. Heute wollen wir dir eine Möglichkeit zeigen, mit der du Python-Code schreiben und nutzen kannst. Die Jupyter Notebooks. Was sind die Jupyter Notebooks? Welche Anwendungsmöglichkeiten bieten sie dir? Und die unterscheiden sich zu anderen Entwicklungsumgebungen. All das klären wir jetzt. Was sind Jupyter Notebooks? Das Jupyter Notebook ist eine Web-Anwendung, die etwas implementiert, das sich Literate Programming nennt. Das heißt, dass du in einem einzigen Dokument sowohl Code als auch Text und Visualisierung erstellen und teilen kannst. Die Notebooks bestehen aus Zellen, die in einer linearen und nicht-linearen Reihenfolge ausgeführt werden können. Jede Zelle kann entweder Code, Text oder Visualisierung enthalten. Code-Zellen können ausgeführt werden, um eine Ausgabe zu erzeugen. Dabei kann es um einfache Operationen gehen bis hin zu komplexen Machine Learning Modellen. Text-Zellen können verwendet werden, um Kontext zum Code zu liefern. Visualisierungszellen hingegen können Diagramme und Grafiken anzeigen, die bei der Datenanalyse helfen. Übrigens kannst du neben Python über 100 andere Programmiersprachen nutzen, so wie Java, R oder Julia. Wie also unterscheiden die Jupyter Notebooks sich von anderen Entwicklungsumgebungen? In anderen Entwicklungsumgebungen ist es häufig so, dass du ein Code-Skript schreibst. Das heißt, du schreibst deine Code-Zellen in ein Dokument, das du zum Beispiel für eine Datenanalyse brauchst, und du führst dieses Skript dann aus. Diese Code-Zellen werden dann von oben nach unten ausgeführt. Die Jupyter Notebooks sind hingegen interaktive Dokumente. Die Zellen im Jupyter Notebook kannst du auch von oben nach unten ausführen, aber du kannst sie auch in beliebiger Reihenfolge ausführen. Außerdem bekommst du dort pro ausgeführter Zelle eine Ausgabe und nicht pro Skript. So hast du die Möglichkeit, für jede Zelle zu sehen, welchen Output du generierst. Einer der wichtigsten Vorteile von Jupyter Notebooks ist auch, dass sie mit anderen geteilt werden können, was den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit mit anderen erleichtert. Du kannst die Notebooks in verschiedene Formate exportieren, zum Beispiel in HTML, PDF oder Markdown und die Ergebnisse dann mit anderen teilen. Außerdem können Jupyter Notebooks auf Cloud-basierten Plattformen wie Jupyter Hub und GitHub gehostet werden. Dadurch können mehrere NutzerInnen in Echtzeit an einem Jupyter Notebook arbeiten. Und wie sind nun die Anwendungen der Jupyter Notebooks? Durch diesen leichten Austausch und die Verbindung von Code und Text werden die Jupyter Notebooks immer beliebter als Publikationsmethode. Während rein schriftliche Publikationen meist nur die Erkenntnisse und Daten einer Studie darstellen, können die Jupyter Notebooks eben auch den Code darstellen, den man für diese Studie genutzt hat. So können andere besser nachvollziehen, wie man selbst vorgegangen ist und eventuell den Code für eine eigene Studie selbst weiter nutzen. Wir verlinken euch in der Infobox einen interessanten Artikel dazu. Das Scientific Paper ist obsolet. Jupyter Notebooks können also ein flexibles und leistungsstarkes Werkzeug für Datenanalyse, Forschung und Bildung sein. Sie bieten eine interaktive Umgebung zum Testen, Austauschen und Entwickeln von Code, Text und Visualisierung. Wenn du jetzt auch einmal selbst Code schreiben möchtest, dann schau doch gerne in unserem Python Screencast vorbei. Dort zeigen wir dir genauer, wie du im Jupyter Notebook arbeiten kannst. Und das Ganze ist natürlich Open Source. Und das Ganze ist natürlich Open Source.